Moin Zockerfreunde, wie gar nicht Zockerfreunde, moin meine lieben Zockerstapel, ich wollte es ja ändern. Ah ja, wir sind gereist, warum eigentlich? Ich weiß es nicht mehr, es ist wieder eine Woche her. Doch ich wollte hier irgendwas machen. Ich gucke auf die Karte und dann weiß ich es bestimmt. Genau, da wollten wir hin, zum verborgenen Schrein. Letzte Woche hatten wir nämlich das Orakel, dann düsen wir da auch hin. Bis zum nächsten Mal, Kollege. So, Baumwolle. Es ist zu dunkel zum Navigieren, das ist immer so klar. So, ich will ja immer noch, dass diese neue Figur auftaucht. Und alle sagen, die steht bei mir hier oben. Also jetzt auch in den Kommentaren. Ja. Bei mir nicht. Aber wie gesagt, es soll auch erst sein, wenn man am Ende ist. Also, man hat mir jetzt auch gesagt, ich kann ruhig die Leute wegbringen. Auch wenn ich mit Stella über den Jordan bin, kann ich weiterspielen. Also müssen wir das machen. Wir gehen erst mal pennen, weil die andere Alde taucht hier ja nicht auf. Warum auch immer. Wo schnarchen die alle hier? Geht ja gar nicht. So. Die Nacht ist vorbei. Der Alde Karren ist wieder unterwegs. Buck. Ja, das sind die. Bring zu Immerforte. Bring sie zu Immerforte. Maxi Mini. Äh, mit einer Uhr. Habe ich da nicht sogar schon mal geguckt. Ich brauche eine Kristallglasplatte und das war's. Ja, komm, das machen wir eben nochmal schnell. Oh. Verborgener Schrein entdeckt. Juhu. Ja, moin. Ja, moin. Wegen einer Platte wollen wir ja hier jetzt nicht. Vor allem können wir dann in dieser Folge vielleicht auch noch erleben, dass Gustav nach Hause möchte. Er zwar immer Forte. Und dann bringen wir die einfach nach und nach weg. Und hoffen, dass wir dann irgendwann Lilly sehen. Und dann soll ja im Sommer immer noch ein Update kommen. Also, also im Sommer und im August. Ist ja eigentlich auch noch Sommer, ne? Oder? Aber ist ja auch egal. Ich habe mir nämlich schon überlegt, wenn wir zum Ende kommen. Zur Not beende ich das Spiel nicht komplett, aber wie gesagt, ich darf wohl über den Jordan gehen. War jetzt so meine Idee. Äh, falls es doch nicht funktioniert, beende ich das Spiel einfach nicht, sondern pausiere es einfach, bis die anderen Updates kommen. Es ist einfach ein geniales Spiel. Leider kriegt es zu wenig Aufmerksamkeit. Guck. Ah, ist er schon fertig mit der Welt? Er möchte, dass ich zu ihm komme. Aha. Da bist du ja. Ähm, voller Stolz und mit unbändiger Freude präsentiere ich dir Vermächtnis der Menschheit. Meine bis dato erlesenste Ausstellung. Nicht übel, findest du nicht auch? Eine offizielle Eröffnung. Oh nein, nein, nein. Du kennst mich doch. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Außerdem sind für Venissagen keine reine Zeitverschwendung. Nur eine Gelegenheit für Funktionäre herumzuwuseln. Und sich gegenseitig in den Hin... Ach, du weißt schon, was ich meine. Aha. Nun denn, ich vertraue dir alles an. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann, wenn ich einmal nicht mehr hier sein werde. Und tu mich so überrascht. Du weißt genau, dass ich nicht länger als nötig hierbleiben werde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles vollbracht habe, was ich hier tun konnte. Aha. Der gute alte Gustav blickt immer nach vorn. Aber diese ganze Unternehmung war doch äußerst belebend, nicht wahr? Gut. Sei so lieb und setz mich bei der Immerpforte ab, wenn wir beim nächsten Mal daran vorbeifahren. Ich weiß es zu schätzen. Okay, machen wir. Das Ding ist, ich konnte sie, glaube ich, nicht so wegbringen, wie ich wollte. Oder war das doch nach der Reihe? Schon wieder vergessen, ne? Und vergesse ich immer so viel. Man sollte aber nicht 50 Spiele auf einmal spielen. Gerade nicht, wenn man so ein sehr gut funktionierendes Sieb als Gedächtnis hat. Dann sollte man das nicht machen. Da sind ja schon die Gefährten. Aha. Die Worte des Ulrakus waren Kommandanten in diesem finsteren Wald liegt ein immer mächtiger Schrein verborgen. Ein immens mächtiger Schrein verborgen. Uralte Schreine haben ihren eigenen Willen. Sie sind von der göttlichen Kraft Halterans, der Weisen durchdrungen und offenbaren sich nur den wahren Erben Romaldas. Dieser Schrein ist voller heiligen Schriften. Ich kann das aber nicht so schnell lesen, warum machen die das mal weg? Nur du, die Auserwählte, kannst ihre Magie erkennen. Nur du, das Sternenkind, kannst die Gläfe der göttlichen Gerechtigkeit führen. Geh schon, Kommandantin. Wirk deine himmliche Magie und wüsböre die geheimen Worte. Möge deine Taten unseren Pfad erhellen. Möge das Licht erstrahlen. Vorteil beim... Ihr seid einfach so faul, hier hochzulatschen. Das ist alles... Aha. Lichtexplosion. Drücke ZR, um immer Lichtenergie in alle Richtungen um dich herum auszustrahlen. Erwerben. Aber was bringt mir das? Nicht viel wahrscheinlich. Gesegnet seien die Elfsterne. Du bist wahrhaftig die Auserwählte. Die Trägerin des Lichts. Die Bringer der Sonne. Die unsere Seelen erleuchtet und die schattenversungenen Bewusstsein befreien wird. Diese Macht, die durch die reine Essenz dieser Welt gewählt wurde, soll unsere Waffe sein. Eine Waffe, deren Stärke der dreifach geschmiedeten Gläfe Effeldurs dem ersten Dallaren gleichkommt. Doch nun muss diese Gruppe getrennte Wege gehen. Die Silberkompanie hat ihre Rolle erfüllt und für ihre Mitglieder ist die Zeit gekommen, nach Hause zu reiten. Außerdem ist für die Jungs schon lange Schlafenszeit. Lass uns zur Galilion zurückkehren, wo ich unsere nächste Aufgabe detailliert und geblickt und Hintergrundinformationen darlegen werde. Außerdem muss ich mir meine Notizen nochmal ansetzen. Dem Verkäuferlein. Ja, und wieder daneben gesprungen. Oh, ich muss dir doch einen Gefallen bitten. Ja, ja, einen Gefallen. Es muss sehr seltsam für dich sein. Auf deinem Riesenschiff fühlt es sich nicht um einen Gefallen. Bei alle. Hör zu. Als reisender Händler bin ich immer auf der Suche nach meinen nächsten Kunden. Ich habe nicht wirklich Zeit für die einfachen Dinge im Leben. Ich muss stets bereit sein. Also, ich habe eine wichtige Besorgung für dich. Du musst für mich einkaufen gehen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich kann auf Dauer nicht nur von Fischen und Möbeln leben. Wirf mal einen Blick drauf. Meine Einkaufsliste mag dir vielleicht merkwürdig, wo ich komme. Aber da, wo ich herkomme, ist sie ganz alltäglich. Das ist aber nicht seine Einkaufsliste, oder? Ach, die Beeren habe ich immer noch nicht. Hier was Neues? Nee. Money, 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 money! So. Hat er jetzt nichts für mich, oder was? Herr Kommandantin, ich habe leider tiefsere Neuigkeiten zu berichten. Wir können die urzeitlichen bösen Mächte des Lichts Gottes Gornemlos nicht allein besiegen. Zuerst müssen wir die freien Völker der drei Kontinente für unsere Sache gewinnen. Du musst die Feuer von Tonda entzünden. Wir werden uns durch die tückische Gewässer des Großmeeres schlagen, und in den Himmel erleuchten, um unsere heldenhafte Nachricht zu senden. Du kennst die Feuer von Tonda vielleicht bereits. Die Wiege des Lichts, der Turm der Helligkeit, wo du auf mich, deinen ergebenen Erheller, gestoßen bist. Das auffälligste Feuer von Tonda hingegen findet sich im Herzen der Galerie der Sünden. Das letzte Feuer von Tonda verbirgt sich hoch oben auf dem ewig währenden Eisturm zusammen mit seinem reinen weißen Licht. Jedoch, Kommandantin, ihr muss bewusst sein, dass unser Weg alles andere als sicher sein wird. Ich müsste für die große Gefahr durch die Orks des Schattenstrahlklans warnen. Ihr Meister, der Kriebshäubling Omrodrok, ein Auge ist Gornemlotsknecht. Die Orks werden sicherlich jede Gelegenheit nutzen, um in den Hinterhalt zu locken, um genau zu sein. Schnell, Würfel, Initiative. Eine Eins, wie ungeschickt. Ein Überraschungsangriff. Die Orks stürzen aus dem Schatten und brüllen schauerlich. Der Schattenstrahlklan wird eure Gedärme verschlingen. Ruf, Komm, Gotha, oh, der Orkfürst. Macht dich bereit. Aber, Kommandantin, einige unserer Widersacher werden von Gornemlots schändlicher Vagie beschützt. Nimm deine Licht-Explosion-Fähigkeit. Nur mit deiner Licht-Explosion-Fähigkeit kannst du nur diesen Schutz erschmettern. Möge die Schlacht beginnen. Das dauert vor lange, bis es hier immer war. Ah, so kriege ich den EP-Track. Das ist so schrecklich. Mist. Komm schon. Das ist ja ein Scheiße. Man kann es ja nicht tausendmal hintereinander machen. Das ist halt das Problem. Das Licht muss sich ja erst wieder aufladen. Aber wir haben es bestimmt überlebt. Komm, Gotha, verwundet und besiegt, kriecht durch die Trümmer und stiehlt sich vom Schlachtwellen. Ich werde zurückkehren, stärker und grausam. Mit einem Kreischen verschwindet der geschlagene Ork aus den Überresten der Schlacht. Das war erstaunlich, Commandant. Du verfügst über außerordentliches Kampftalent. Aber wir haben keine Minute zu verlieren. Tief in den Höhlen sammeln sich die Orks des Schattenstahlglans erneut und planen ihre Rache. Schnell. Zu den Feuern von Tondor. Okay, jetzt muss ich die, ähm, Dinger da, die Türme. Wow. Also wir haben da einen Leuchtturm. Da müssen wir als erstes hin. Wir nehmen, nehmen wir die Abkürzung. Ist das überhaupt eine Abkürzung? Ein Stück da, ein Stück da. Wir können glaube ich auch so fahren. Knöblauch. Knöblauch. Hm 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 hm. Hm hm hm. Ein Stück daneben. Falsch. Ich muss das mal eben zu Ende machen hier. Oh, Zwiebelsäule. So, dann gehen wir jetzt nochmal pennen. Zwischen den ganzen Gelumbe hier. Ein neuer Tag. Und ab geht die wilde Fahrt. Ab geht die wilde Fahrt. So, wollten nicht noch ein paar Leute was von mir? Ich war der Meinung, Gustav wollte irgendwas. Aha. Er hätte lieber was anderes. Ich auch. Aha. Aha. Alter. Aha. Ja, hoffen. So, wie war das jetzt? Ne, alle zur Immerforde jetzt. Okay. Alle wollen sie zur Immerforde. Das probieren wir, nachdem wir die Leuchtfeuer angezündet haben, würde ich sagen. Das mit den Leuchtfeuern würde ich aber auch gerne in eine Folge packen. Das passte gerade alles so schön mit diesen Geschichten hier. Einmal das Orakel und die Gefährten und so. So, dementsprechend würde ich sagen, bedanke ich mich einmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dennig.